So Freunde, willkommen zum Event mächtiger Haustiere. Wir werden seltener einmal spielen mit der magischen Flöte und es ist okay. Ja, also ich habe jetzt keine Bäume ausgerissen, aber wir haben uns überall pro Level immer verbessert, was gut ist. Das war sowieso, ne? Ich habe ja die Story schon in einem Video angeschnitten. Ich habe für dieses Level, für Level 1, um da einen einigermaßen vernünftigen Score zu kriegen, habe ich eine Weltenergieflasche gebraucht. Das sind zwei Weltenergie, ich habe insgesamt 69. Weißer Bescheid, ja? Also da war meine Laune, da bin ich dann, da habe ich dann auch kurz Pause gemacht, weil das hat mir nicht gefallen. Sagen wir es mal so. Und der Score, meine ich, war sogar gar nicht mal so geil. Also von daher, ähm, schwierig. Schwierig, schwierig. Also das ist das Team, mit dem wir reingehen. Ich habe jetzt eine fünfte Truppe hier jetzt angefangen. Das werde ich in jeder Farbe machen, damit wir dann einfach eine Support-Truppe und vier angreifende Truppen haben für Events. Die, äh, Support-Truppe ist dann in dem Sinne für Turniere, ne? Wenn ich da mit dem Heiler reingehe, dann kriegt der Heiler die, äh, der Drei-Sterne-Heiler, die ist Support-Truppe. Das Team kann es dann natürlich noch, äh, beliebig verbessern mit den Limit-Breaks, ist klar. Äh, wen man hier alternativ auch als das Huhn nehmen kann, als Multi-Hitter ist, ähm, er hier. Also, äh, er, weil er halt auch auf drei geht, ne? Das ist eigentlich sogar geiler als das Hühnchen. Aber den habe ich halt nicht gelevelt. Deswegen müssen wir erst mal noch mit dem, mit dem Hühnchen vorlieb nehmen, wenn ich jetzt wüsste, wo es ist. Ups, dann da ist er. Kommen wir mal drauf an. Ja, aber man kann ja auch im Leaderboard gucken, was die Leute da für, äh, Helden nehmen, ne? Und sich da so ein bisschen orientieren. Nur weil ich jetzt, äh, die nehme und keine anderen, heißt das ja nicht, dass, äh, das die allgemein, allgemein gültigen sind, ne? Manche machen auch, äh, Nordrie im Kostüm. Geht auch. Geht zu vieles. Und ich merke, ich habe jetzt wieder so am Stück ein bisschen geredet und ich merke sofort, dass ich niesen muss. Wahnsinn. Also da kommt gleich was. Das Schöne ist, dass, äh, rot reflektiert, also viel rotes Gedöns da ist. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir das auch irgendwie ummünzen können. Hey, das gefällt mir so nicht. Ja, wenn ich jetzt mehrmals gewusst hätte, dass da dann was, äh, auch wirklich hochkommt, dann hätte man das mit, ähm, Gunnar irgendwie machen können. Wobei, ich muss halt auch ein bisschen gucken. Gunnar braucht dann zwei Mana, zwei mittlere. Und das sind halt auch welche, die am Ende fehlen können. Das ist so das Problem. Also am besten Fall blauer Diamant mit drei roten Gegnern. So wie hier. Nur jetzt werden halt die blauen Gegner. Jetzt will ich mal eben einmal ganz kurz, das ist jetzt ein Test. Mal eben was gucken, wie viel das, okay, das zerstört aber komplett. Das dann machen wir jetzt hier mal für die Bewegung. Aber da hat das halt jetzt schon reingehauen. Ja, das ist jetzt halt zu viel, was da reingeht. Aber wir machen das trotzdem mal. So, jetzt gucken wir mal, was wir da an Damage machen können. Machen erstmal die ganzen Waffen. Das ist natürlich dann gut, wenn man Diamanten hatte. Da kann man das natürlich alles schön einsparen, ne? Die Waffen, die man normalerweise dann in der zweiten Welle gehabt hätte. War jetzt nicht optimal. 72.000. Ja, es ist schlechter, ne? Also da müssen wir definitiv, müsste ich nochmal ran. Definitiv. Das auch wieder. Ich würde sagen, für dich wird auch mal wieder Zeit, sich zu verbessern. Sehr gut, bei 6%. Besser Mann. Jetzt haben wir noch eine Kiste. Kombos waren ordentlich. Problem. Ich habe absolut kein Blau, ne? Ich hätte hier ein blaues Match, ja. Aber, ne. Ein bisschen mehr Blau. Dann wäre ich auch bereit gewesen, die Items einzusetzen. Und Mana und sowas. Aber das war halt nichts. Das war halt echt schlecht, was Blau angeht. Also das vorletzte Level wäre jetzt ein Level, was ich verbessern würde, wenn ich sehe, dass das irgendwie mit einer Belohnungsstufe hängen wird. Aber das sehen wir ja gleich, als wenn wir da durch sind. Wie das dann erstmal zwischenzeitlich aussieht. Ach, je. Irgendwie gar nichts. So, 4. Lass uns einfach mal hier hingehen. Oder warte mal. Nur 3000 verbessert. Sieht mir ein bisschen wenig aus. Mal gucken. Ich sehe jetzt auch nichts verbessern. Schon überzeugt. Ach. Da ist auch nicht so der richtige Flow drin. Aber selten war dieses Turnier auch echt anstrengend. Ich will nicht immer das Wort schlecht nehmen, deswegen nehmen wir mal anstrengend. Aber. Das ist eine schöne Kombo. Bringt mir halt so gar nichts, ne? Halt nicht Blau kommt. Und. Das wird auch nichts. Mal gucken einfach mal, was passiert. Da nix. Okay. Gut. Schön. Die Kiste wäre ja schön, wenn wir so kriegen könnten, aber. Ja. Wenn ich sowas mal wieder gewusst hätte, dann hätte man ihn angemacht und dann hätte er. Da hätten wir die Kiste da auch zerstört durch den geteilten Schaden. Da kommt man jetzt nicht wirklich sehen, dass da was kommt. Na, das Match hätte hier drunter sein müssen. Nein, ich wollte... Ich wollte jetzt eigentlich hier nur blau... Aber nee. Hm. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Waren zu viele Moves. Waren zu viele einzelne Moves. Ohne Kombo irgendwie. Das war nicht so schön. Aber jetzt will ich mal was testen, weil das kann ja jetzt theoretisch Spielbewegung bringen. Ach. Murks, Alter. Murks. Brauche. Ja. Mach mal so. Ach, das ist nicht geil. Ja, das war wiederum gut. Aber der Rest war halt... Murks. Ich hätte es auch, glaube ich, schneller gehabt, wenn ich das mit ihm gemacht hätte. Aber ich wollte die Waffen wegkommen. Ja. Das Problem war, dass diese Viecher da... Die Flöten explodiert sind. Und das ist die Geschichte von Hachiko. Ja, das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon. So, wir sind jetzt auf Rang 1099. Da sollten wir in den Top 10.000 drin sein, oder? Die Top 10.000 schaffen wir eh nie... ...eine Lust zu. Also, womöglich... ...würde ich sie schaffen, ja. Bei Rot ist, äh... ...oder, bei Rot reflektiert, das blaue Team und so, da kann man schon was Gutes machen. Aber... ...der Aufwand für Eimerringe, das ist mir viel zu aufwendig. Das ist viel zu viel. Das macht keinen Sinn. Äh, wir könnten... ...was wir noch machen, ist, äh... ...die Flasche. Dann schauen wir mal, dass wir noch dieses 1er-Level da verbessern. Das... ...nervt mich irgendwie... Das ist auch kein guter Score, ne? Wenn das 75 ist... ...dann müsste das eigentlich unter normalen Umständen um die 80 sein... ...und dann müsste das hier so um die 85, oder sowas. Für meine Scores, im Verhältnis. Wahrscheinlich... ...für richtig gute Scores, dann gehen wir da schon hier... ...richtung 90, oder sowas. Das weiß ich nicht. Okay, ich muss mal gucken, wie das aussieht vom... ...vom Damage her. Ah, das reicht schon. Ah, krass. Ja, gut, ein Bord ist halt jetzt nur ein Murks, ne? Nein, der habe ich ja nicht mehr. Aber das ist interessant, dass da 4 Steine beim geteilten Schaden reichen. Ja. Schön gewesen, wenn das was wäre. Gefühlt wird es jetzt gerade immer schlechter vom Wort. Und dann können wir ja so... ...Kaskaden, die du nicht siehst. Ich dachte, wenn das jetzt noch kombiniert wäre, dann hätte ich echt geweint, ne? Komm, wir machen das mal. Ich habe zwar jetzt da gerade ein paar Sekunden verschenkt. Weiß egal. Mal gucken mal. Mal gucken. Ach, Junge, löst doch aus, Alter. Was soll das denn? Was soll denn der Quatsch immer? Das sind dann auch Sekunden, wo das hier mit dem Emulator nicht so geil ist. Ach, guck mal an. Sogar besser. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt habe ich mich überall verbessert. Und dann... ...klub, das auch. Platz 960. Jo, jetzt sind wir in den Top 1000 drin. Wer ist denn hier oben auf 1? Ah, Körnel. Ja, natürlich. Jo, die ersten 4, ersten... ...6 kennen wir. Ja. Den kenne ich nicht. Polo noch. Reos, Illekiel. Oh. Ibrahimovic, no spend. Ja, Gringo können wir auch. Inkema, Inkema. So, und hier sieht man, ne? Da ist er drin. Die anderen, das... Genau die Helden, die ich auch habe. Körnel hat... Ah, der hat das Huhn drin. Dafür... ...dingen es nicht. Ja? Ja, oh. Interessant. Doppel Nordry. Ist aber gar nicht mal so doof, ne? Weil der halt auch viel Schaden macht. 220 auf 3. Also man sieht, die sehen, von den Helden her ist es ungefähr gleich, ne? Oder er hat hier, ähm... Dingens rausgenommen. Karel. Dafür das Hühnchen drin. Ja. Warum nicht, ne? Aber im Endeffekt sind es genau die gleichen Helden, die ich auch habe. Nur ihn habe ich noch nicht gemacht. Komme ich irgendwie nicht zu. Weiß ich nicht. Hat aber auch nicht so hohe Priorität, ja? Weil Events... Man kennt es ja. Ist nicht so... Ist nicht so mein Spaßfaktor. Es macht schon Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ne? Da muss ich jetzt aber extra ganz krass, ganz schnell für leveln. Weil für die Scores, die ich mache oder die ich... Die mir reichen, sagen wir mal so. Bin ich mit den Helden ausreichend dabei. Jo, da kommen wir wieder rein. Höchstwahrscheinlich. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch viel Glück. Beim Event, bei Selten. Und dann gucken wir mal, was uns bei Episch dann erwarten wird. Also macht's gut. Ciao, ciao.